Wenn Fan auf Idol trifft, so ist das in meiner nächsten Folge Backstage Brunch. Beide Künstlerinnen sind bekannt, beide Künstlerinnen sind erfolgreich, aber Sarah Zucker war eben früher ein Fan der No Angels und trifft heute Jess Waltz. Ich freue mich sehr, dass wir die beiden zusammenbringen konnten und ich denke, da gibt es einiges, was Sarah sicherlich von Jess wissen will und Jess wird uns auch sicherlich ganz vieles erzählen, auch vom Comeback der No Angels und wie es da weitergeht. Also ganz viel Spaß mit Sarah Zucker und Jess Waltz und einer neuen Folge Backstage Brunch. Jess! Hi! Hallo liebe Jess! Ich bin Sarah. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass ich mit dir brunchen darf. Dankeschön. Ich oute mich direkt als riesiger No Angels Fan. Oh wow, schön. Genau, da kann ich dir gleich noch ganz viel drüber erzählen. Oh, lecker. Es sind sehr viele leckere Sachen und da sind sehr viele leckere Sachen. Ich glaube, ich muss mich da drüben bedienen jetzt erst mal. Bitte. Kennst du das, wenn es einfach zu viel gibt und du weißt einfach nicht? Doch, ich weiß ganz genau, was ich habe. Du weißt ganz genau. Okay, siehst du, da kristallisiert sich schon mal raus. Ich bin eine sehr unentschlossene Person. Alles klar, okay. Was haben wir denn da für ein Käse? Hier gibt es Croissants, aber ich habe auch welche mitgebracht tatsächlich. Du hast Croissants mitgebracht? Ja, ich habe Pants au Chocolat mitgebracht. Ach so. Zeige ich dir gleich, wie schön das aussieht. Also könnte das bei mir zu Hause auch aussehen tatsächlich. Ja? Ich liebe das. Ich habe auch so viele Trockenblumen zu Hause und bin so ein Leinen-Fan auch. Okay. Ich mache so ganz viel auch Leinen. Also meine Freunde machen sich schon lustig darüber. Magst du auch einen Saft haben? Ja, gerne. Soll ich dir einen mitbringen? Kannst du mir bitte einen Apfelsaft mitbringen? Oder warte, ich bring einfach die Flaschen hin. Guck mal, dass wir eine tolle Auswahl haben. Cheers. Also erstmal. Ich freue mich. Ich freue mich auch, wirklich. Also nicht nur, weil ich Hunger habe. Also von dir weiß ich gar nicht so viel. Also ich weiß nur, du machst auch Musik. Noch gar nicht so lange. Noch gar nicht so lange. Genau. Dein Bruder ist der Ben sogar. Kennst du ihn? Nein, also ich kenne ihn, aber wir sind uns noch nicht begegnet. So. Ich habe nur ein paar Sachen mal gehört. Ja, und auch bekommen, ich arbeite im Radio auch. Genau das habe ich gehört. In der Musikredaktion. Und da kommt einem das halt manchmal so unter. Ja. Ja, ja, ja. Also da hörst du ja viel. Ja. Du hast Croissants mitgebracht, ne? Hast du das? Ganz genau. Pass auf. Ich habe Pins au Chocolat mitgebracht, weil ich natürlich überlegt habe, was könnte ich denn zu so einem Brunch mitbringen. Und da fiel mir tatsächlich Pins au Chocolat zuerst ein, weil das darf halt bei mir zu Hause halt nie fehlen. Meine Brunch natürlich ist das. Das ist natürlich Premium, ne? Aber wenn man jetzt quasi nicht so auftischt, finde ich immer, genau, Pins au Chocolat. Du sagst auch Bins au Chocolat. Also Pins au Chocolat. Genau, es beschreibt... Sechs Jahre Französisch wäre nichts hängen geblieben. Es beschreibt, ja. Immer ne Fünf, ey. Ja, es beschreibt so ein bisschen meinen Bezug auch zu Frankreich, weil ich jetzt ja auch, ich singe ja zum Beispiel auch viel auf Französisch. Ach wirklich? Genau. Und Chans oder sowas? Oder wie? Ja, das mache ich privat. Das liebe ich privat. Da gucke ich mir auch echt so, gucke ich mir alles von früher auch total gern an. Und jetzt ist es gerade total schön für mich, dass diese Zeit, die ja eigentlich schon sehr lange her ist bei mir auch, die Schulzeit, dass jetzt gerade so ein bisschen wieder alles zurückkommt und aufgefrischt wird und ich wieder sehr, sehr viel auch mit Frankreich irgendwie in Berührung gekommen bin. Wir haben da jetzt mein letztes Musikvideo gedreht in Südfrankreich. Und genau. Ich merke richtig, wie das wieder präsenter in meinem Leben wird. Also jetzt in Anführungsstrichen nur durch die Musik oder gab es da irgendwie dann irgendwie was anderes? Also das richtig Verrückte an der Story ist, dass ich eigentlich nur darüber, dass ich französisch spreche, irgendwie in die Musik gekommen bin überhaupt. Ach so. Weil damals mein Bruder hatte einen Song. Der singt aber deutsch. Genau, der singt deutsch. Aber der hatte ein Duett mit einem Franzosen oder ich weiß nicht, ob es Belgier ist oder Franzose. Und die hatten so einen Sommerhit irgendwie. Und genau. Mein Bruder wollte den Song auf seiner Tour halt spielen. Ja. Auch hat er mit dir dann gemacht. Und pass auf. Und dann hat er halt für Berlin, hat er so zwei Termine gehabt, die die Kolumbia Halle ausverkauft. Also kannst du bitte den Song mit mir singen? Und ich war zu dem Zeitpunkt aber noch halt in meinem Job ganz normal. Und dann habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall mache ich das. Ich singe den nicht mit dir. Ich gehe da nicht auf die Bühne. Und ich habe ihm aber vorher halt den Text beigebracht auf Französisch. Und er hat das dann selber gesungen, aber nicht in Berlin halt. Dann hat er mich so lange irgendwie überredet und ist so hartnäckig geblieben, dass ich mit ihm auf die Bühne gegangen bin. Und dann hast du Blut geleckt. Und damit hat alles angefangen. Ja, wirklich. Dann hast du Blut geleckt. Okay, verstehe. Das war so verrückt. Und deswegen finde ich das immer so spannend, wie sich manchmal im Leben dann so der Kreis wieder schließt. Aber mit, dass du sagst, da schließt sich ein Kreis, ist ja gerade eigentlich bei uns, also bei den Engeln auch so. Also wir feiern ja 20 Jahre. Und dass das alles wieder so angefangen hat und dass das wieder alles so zusammenfängt. zusammengekommen ist, das war ja nicht geplant. Letztes Jahr im Sommer haben wir dann noch irgendwie so mal geschrieben, ach ja, was machen wir denn? Singen wir einfach für Instagram die Hook von Daylight oder so. Ja. Und auf einmal stehen wir dann da mit einem neuen Album. Album auch noch, ne? Das war echt so wow. Also dieses ganze Jahr ist wow. Ja, aber ich finde das so spannend, weil ich glaube auch immer daran so nichts passiert, halt ohne Grund und so. Es hat alles irgendwie auch ein Grund. Schon, schon. Weißt du, heute Morgen habe ich noch so gedacht, als ich dann im Zug saß, war die so, okay, ich fahre jetzt hierher und ich werde halt mit dir hier brunchen. Und weißt du, und vor 20 Jahren stand ich halt vorm Spiegel und habe halt so eure Choreografien nachgetragen. Warst du Sandy oder Wanny? Nee, ich fahre Sandy. Okay, natürlich. Natürlich. Und ich weiß noch, meine beste Freundin und ich, wir sind am Tag der Veröffentlichung, sind wir nach der Schule direkt. Vom Album oder? Ja, vom Album. Sind wir direkt los und haben uns das Album gekauft. Das war auch mein erstes Album überhaupt. Wirklich? Ja. Hast du es mitgebracht? Hast du es noch? Ich habe es bestimmt noch irgendwo. Das hätte ich noch mitbringen können. Siehst du, darauf komme ich dann nicht. Aber ich hätte ja auch das neue mitbringen können. Habe ich ja den Strang in der Nähe. Hast du nicht? Nein, absolut. Schade. Okay, wow. Ich hatte mal so eine astrologische Persönlichkeitsanalyse durchführen lassen. Das war so spannend. Glaube ich. Und so verrückt. Glaube ich. Die Dame hat mir damals erzählt, also das darf man sich auch nicht so vorstellen. Ich finde immer, wenn man so über Astrologie spricht, hast du immer auch gleich so ein Bild im Kopf, so da sitzt jetzt jemand irgendwie vielleicht vor so einer Kugel oder keine Ahnung was, vor so einer Glaskugel. Aber so darf man sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Was ja eigentlich total ist, ist ja eigentlich total. Und wenn scheinbar. Wie wissenschaftlich ist es jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall mega spannend. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, die hat mir damals gesagt, weil ich so ein bisschen auf der Suche war und auch so, das ist eigentlich meine Berufung und so. Und dann sagt er dann auch, das ist ein kosmischer Lebensplan und kannst dann sozusagen aus deinem eigenen, aus deinem eigenen Birth Chart, sagt man ja, voll viel lesen. Und bei mir stand dann da wohl drin, ja auf jeden Fall hat deine Berufung etwas mit deiner Stimme zu tun. Also deine Stimme ist irgendwie deine Berufung. Ich habe zu Hause so ein kleines Heft, das liegt bei mir immer in der Schublade. Und da steht aber viel drin. Da steht wirklich viel drin. Und zwar... Hast du es auch auf Französisch geschrieben, damit keiner nachgucken kann. Nee, tatsächlich nicht. Aber du hast... Das könnte natürlich auch eine Maßnahme sein. Weil da stehen schon sehr intime Sachen drin. Ja, ich denke mal, was heißt es mir? Meine intimsten Wünsche. Ach schon. Und dann habe ich mich irgendwie damit ein bisschen beschäftigt. Und seitdem ist es so, dass ich immer an Vollmondnächten mich abends so hinsetze und so ein bisschen reflektiere. Was läuft gerade irgendwie nicht so gut? Was merke ich gerade? Was stresst mich so? Was kann ich angehen im nächsten Monat sozusagen? Was gerade irgendwie vielleicht jetzt nicht so läuft? Was beschäftigt mich halt einfach? Aber das ist gut. Das nutze ich sozusagen die Vollmondnächte dafür. Und dann gibt es ja auch Neumond. Genau. Und das nutze ich dafür, um dann irgendwie Wünsche zu formulieren. Genau, wo ich mich so in Zukunft sehe. So ein bisschen eher so in die Zukunft gerichtet. Und einfach so Wünsche aufschreiben und sehr, sehr detailliert auch aufschreiben. Ja. Und ich sage dir, da sind schon so verrückte Sachen passiert. Und ich kann das ja dann immer nachlesen. Weißt du? Dann habe ich hier irgendwas von 2018, 2019, was ich mir damals so vorgestellt habe. Und teilweise sind halt echt die Dinge eingetreten. Also ich finde es sehr gut, dass du dich dann zweimal, also einmal im Monat dich auf jeden Fall mit dir selbst beschäftigst und reflektierst. Weil ja gerade in dem Business, in dem Musikbusiness ist das so schwer für sich mal zu sein und die ganzen Eindrücke und alles, was irgendwie um einen herum ist, so ein bisschen zu verarbeiten und zu verinnerlichen. Wir haben damals den Fehler gemacht. Wir haben halt irgendwie 24-7 und jeden Tag nur gearbeitet und haben uns keine Ruhephasen irgendwie gegönnt oder wurden uns nicht gegönnt. Whatever. Also ich habe ja in Leipzig meine Reiki-Meisterin, eine Heilkräuterfrau, eine Geistheilerin. Und da bin ich auch, also mindestens einmal im Jahr, meistens zum Geburtstag und manchmal auch so zwischendurch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann guckst du, dann sagt sie, wir bringen dich mal wieder in die Balance, sag ich, ja, super. Wir kriegen Besuch. Hallo, hallo, hallo. Dankeschön. Also liebe Jess, aufgepasst, wir haben jetzt hier Post. Also, Buster. Vor euch liegt ein Buzzer, den ihr abwechselnd drückt. Giovanni stellt euch dann eine Frage, die ihr beantworten müsst. Für eure Antwort habt ihr 5 Sekunden Zeit. Sarah beginnt. Okay, ich muss beginnen. Hier, bitte sehr, schieb das mal ganz weit zu dir rüber. 5 Sekunden, sowas nehme ich ja immer ganz genau. All right. Stucksteig. Okay, bist du ready? Dann geht's mal los. Achso, ich muss jetzt erst den Buzzer drücken, oder? Wenn du mal richtig abschalten willst, was machst du dann? Na, das haben wir ja schon gelernt. Dann bete ich den Mond an. Nein. Wenn ich mal richtig abschalten will, dann einfach auf meine Couch. Dann lege ich mich da hin, mit meiner Decke so. Manchmal stricke ich auch dabei. Ich stricke. Ich habe mich jetzt geoutet. Ja, ich auch. Muss ich jetzt? Ich will nicht. Ich mache es einfach nicht. Einfach mal nicht machen. Einfach mal nicht machen. Welches Lied oder Genre findest du toll, obwohl es dir ein bisschen peinlich ist? Mir kommt jetzt eigentlich direkt irgendwie atemlos in deinen Kopf. Also Schlager, ja? Ja. Ist dir ein bisschen peinlich, ja? Ist dir peinlich mit mir? Nein, hier sitzt ein Hip-Hop-Mädel, also egal. Wobei, ich muss natürlich gestehen, ich finde, es wird ja immer cooler, weil es ist ja nicht zu vergleichen mit dem Schlager, der irgendwie vor 20, 30 Jahren irgendwie lief. Also da ist es ja irgendwie alles Pop. Obwohl ich den cool fand, ehrlich gesagt, mit dem Schlager von 20, 30 Jahren. Den fand ich cooler als teilweise. Nein, drück da drauf schnell. Wir beenden das jetzt. Wir beenden das jetzt. So viel zu 5 Sekunden, ne? Zeig uns das letzte Foto, das du mit dem Handy geschossen hast. Auf keinen Fall. Okay, das letzte Foto, das soll ich zeigen. Tatsächlich habe ich letztens, guck mal. Du siehst nur Füße. Ja. Und ne Klangschale und Matten. Ich habe letztens, wann war das denn, vorgestern, habe ich Kinder-Yoga unterrichtet. Ach, schön. Genau, ich arbeite ab und zu im Kindergarten und helfe da aus und biete da Yoga an, weil ich auch ne Kinder-Yoga-Ausbildung gemacht habe. Ah, wie toll. Genau, dann habe ich die Kinder kurz gebeten, komm, mach mal ein Foto. Und das war das letzte Bild. Was lieben deine Freunde an dir? Oh, ich vergebe sehr, sehr schnell. Und ich bin sehr all about love. Also bei mir ist so, ich gucke immer erst so. Also ich arbeite an mir, weil ich auch sehr judgy bin so ein bisschen, aber ich versuche immer hinter die Kulissen zu blicken und irgendwie rauszufinden, wie irgendjemand was gemeint hat. Und im Endeffekt ist es dann so, ach ja. Hast du auch Kinder? Ne. Hab keine Kinder. Willst du noch? Oder bist du so jemand, der sagt so, nö, keine Lust? Doch, ich bin schon. Also ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren hätte ich noch geantwortet, ja, auf jeden Fall. Im Moment ist es schon eher so, ich überlege, ich bin jetzt nicht mehr so voll all in. Einfach, weil es jetzt auch gerade gar nicht Thema ist so in meinem Leben. Wahrscheinlich, wenn es dann wieder aufploppt, ja mehr. Aber nee, das kannst du mir jetzt gerade nicht vorstellen. Ich bin ganz zufrieden so. Aber du hast. Ja, ich habe direkt mit 26 losgelegt. Also eine Tochter, ne? Eine Tochter, ja. Aber meine Tochter ist 18. Siehst du, das perfekte Alter. Und du bist halt, wie alt bist du jetzt? 44. Ja, ja klar, 44. Steht ja überall. Guck mal, deine Tochter ist 18. Du kannst jetzt da... Also wir sind schon so sehr, sind schon sehr close. Und sie hat jetzt ihr Abi gemacht. Du hast ja vorhin erzählt, dass du auch so Kinderpädagogik auch gelernt hast. Und da ist ja auch mit Kindern und auch mit den Geschichten von dem Yoga, ist ja ganz viel mit Ritualen auch so. Ja. Und da habe ich also meine Tochter, die hat so einen Hasen, aber es ist nicht der, weil den von meiner Tochter darf ich nicht mitbringen. Das ist so. Die Nini. Und hat die schon seitdem die sechs Monate alt ist und hat sie auch heute noch, ist immer irgendwie präsent. Und wir haben das damals immer gemacht, als sie klein war, immer mit der Nini so. Und die Nini hat dann immer die Geschichte erzählt von dem kleinen Mädchen, also abends immer von dem kleinen Mädchen, was die alles erlebt hat an dem Tag. Was wir auch schon immer haben, wir geben uns immer die Hand, bevor sie ins Bett geht, auch heute noch, und sagen immer eins, zwei, drei, ich liebe dich. Schon immer. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig. Also ich gebe so viele Eltern, die ihren Kindern das nicht sagen. Jetzt machst du das nicht mehr, nur zwischendurch. Genau, ich habe es dann für die Musik erst mal auf Eis gelegt, obwohl es mir immer Spaß gemacht hat. Und heute ist es ganz oft so, dass mich Kollegen dann noch, also Kollegen von früher so anrufen, so ey Sarah, wir sind nach mir gerade irgendwie Not am Mann, kannst du mal irgendwie aushelfen? Und wenn ich Zeit habe, ganz ehrlich, mache ich das sofort. Nadia zum Beispiel hat jetzt ihren Trainerschein gemacht, A-Trainerschein. Da muss sie richtig medizinische Sachen und alles und Physiognomie und weiß, der Geier, weiß nicht, alles lernt. Sie hat gemeint, ich habe das richtig unterschätzt, das ist eine richtige Doktorarbeit und sowas. Aber deswegen meine ich. Und dann kann sie halt irgendwie überall in jedem Studio, kann irgendwie, und ist halt ein richtiger Trainer. So, mit Zertifikat und allem Schnieps. Und das macht ihr Spaß und dann soll sie das machen. Natürlich. Why not? Also die Fünfjährigen. Also die Fünf- bis Sechs. Ach, wir kriegen wieder Besuch, hallo. So, hallo, 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 hallo. Sollte ich gerade meinen Cashew-Moose mal anbieten? Ach, verdammt. Wir kommen noch dazu. Was haben wir hier? Können wir eigentlich auch essen hier, oder? Okay, Fans sind die Größten. In den Umschlägen vor euch findet ihr Fanfragen für euer Gegenüber. Stellt sie und beantwortet sie gegenseitig ehrlich. Niemals. Also ganz ausnahmsweise, Sarah, weißt du, verstehst du mal. Wirklich jetzt? So, also Fragen an Sarah. Was bedeutet für dich Glück? Uh, was bedeutet für mich Glück? Ich muss sagen, ich empfinde Glück tatsächlich richtig oft, auch am Tag, weil ich jemand bin oder zumindest versuche, ganz bewusst irgendwie die Dinge wahrzunehmen. Und ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass ich irgendwie finde, man kann ganz viele Glücksmomente schon in so kleinen, in so kleinen, unspektakulären, in Anführungszeichen, Momenten finden. Und das ist so ein bisschen immer so die Challenge, die ich mir selber stelle, diese Momente ausfindig zu machen. Und wenn ich das schaffe und dann merke, so, hey, ja, genau, das ist jetzt gerade so ein Moment, ich bin gerade total dankbar dafür, dass ich das erleben darf, dann empfinde ich auch direkt ein Glück dabei. Sehr schön. Genau, bin halt dann glücklich. Sehr schön. Ja. So, ich bin dran. So, meine liebe Jessica. Auf was freut ihr euch bei der Tour am meisten? Oh, auf die Fans. Also, ich glaube, ich kann das für alle beantworten. Gerade nach diesen 20, 21 Monaten Nischt, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen, das vermissen wir so sehr. Ich habe auch ein Ticket übrigens. Wirklich? Für was denn? Berlin. Für die Wuhlheide? Ja. Oh, mega. Ich bin so aufgeregt, das ist unser größtes Open Air, was wir also von uns aus je dann gespielt haben. Weiter geht's. Wir sind auch bei der Musik. Wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte, was wärst du stattdessen geworden? Das ist jetzt ja ganz einfach, weil ich würde dann einfach genau, was ich jetzt auch mache. Yoga-Lehrerin. Was ist die schönste Erinnerung an die frühere New Angels Zeit? Die schönste Erinnerung. Es gibt so viele Momente. Was ein total schöner Moment war. Da waren wir, ich kann nicht sagen, ob das der schönste war oder nicht, weil es gibt so ganz aufregende Momente, die sich einfach ins Gehirn gebrannt haben. Ja, das glaube ich. Das war so ein Moment, das war ein ganz ruhiger Moment, weil wir waren, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Also wir hatten irgendwo einen Auftritt und der Veranstalter hat uns eine ganze Hoteletage reserviert. Okay, wow. Aber warum? Und dann haben wir gesagt, naja, also dann können wir das ja auch nutzen und haben uns dann damals zu fünft auf dem Flur getroffen und haben uns Kaffee und Kuchen hochgestellt und haben im Flur gesessen und Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und haben dann da geschnackt, weil wir ja nicht sowieso schon 24 Stunden aufeinander hingen. Aber das war irgendwie noch so ein, das war so ein anderer Moment, weil das so, das war noch so ein Freundinnen-Moment. Sag mal, wie viele Tattoos hast du nur eigentlich? Ich sehe, dass du die ganze Zeit versteckst sie, sie versteckt man auch. Ich habe nur die Arme sozusagen, ich kann die gar nicht zählen, weil das sind immer so, die sind ja relativ groß. Ja, aber schön filigran. Genau, ich habe eigentlich nur Blumen und Mandalas. Und das sind aber nur die Arme, also nicht irgendwie noch. Ich habe auch hier, also ich habe auch hier, was zeige ich jetzt, ne? Und hier habe ich die New Angels Flamme mit eingedingt. Ja, das ist die New Angels Flamme, genau. Und das sind die Flügel, das sind Engelsflügel hier. Aber das ist leider ein bisschen zu tief gestochen. Und hier habe ich die sieben Chakren. Und so einen Mann mehr, da warte ich ziemlich kurz aus. Warte, warte, warte. Ja. Was ist denn da für eine Gottheit drin? Ja, das ist also für mich, ist also halt Ohm klar. Und dann eigentlich die Lotusblüte und auch die Weiblichkeit, also Women Empowerment. Ah, ja, ja, ja. Und Universe und alles und alles ist gut. Ich verstehe, du hast es nochmal. By the power of Grace gone. Ja, 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 ja. Ja, cool. Oh Gott, ich werde das ganze Obst jetzt. Er hat auf die Seite, Obst die Darleiter und in der Mitte. Mit der Spiele an. Sehr. Jenseits von Reden. Wirklich? Ja, ist ja geil. Das heißt mal dann wahrscheinlich. Okay. Jetzt wird es knifflig. Auf den Karten in euren Umschlägen findet ihr Songtitel von euch. Stellt die Titel eures Brunch-Partners pantomimisch dar. Euer Gegenüber muss raten. Erkennt ihr eure eigenen Songtitel, wenn sie euch so vorgestellt werden? Jessica, du fängst an. Du fängst an? Also muss ich jetzt meinen Songtitel erraten? Ja. Du machst ihn jetzt pantomimisch. Uh, da bin ich immer gespannt. Mange? Zeit umzugehen. Das geht dir super. Ja, mega. Okay. Liest, ich hab mal... Oh. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Jetzt habe ich einen Titel, der muss auch von dir sein, weil er ist deutsch. Oh, okay. Ne? Ich? Du? Ich? Ich liebe dich? Nein, so einen Song habe ich nicht. Ich und du? Hm, warte, wie kann man das noch machen? Warte. Also stell dir vor, ich wäre jetzt ganz nah. Okay. Ich kenne meine eigenen Songs nicht. Scheiße. Also. Ich und du? Also du bist ja so wie ich. Ja! Also du kommst auf mich, kommst auf mich. Ich weiß nicht, wie der Songtitel heißt. Du bist wie ich. Du bist wie ich, genau. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Okay. Tod? Leben? La vie belle? Ja. Ja. Ja? Ja? Ähm. Angel? There must be an Angel. Ja. Ja. Siehst du, die kenne ich. Die Songs kenne ich. Ich muss sagen, das ist das erste angenehme Date in meinem Leben. Wie schön, was für eine Ehre. Also ich bin, ja wirklich, weil also ich bin total, also ich kann ja nicht daten, ne? Ich gehe da, ich gehe immer hin, also ich gehe auch nicht mehr daten, weil ich sitze da und denke mir, wow ey, wann hört der auf zu reden? So und das ist ganz schrecklich für mich immer, aber so, das war doch ein super Austausch. Total. Eine Wellenlänge passt doch gut. Mhm. So, sehr schön, vielleicht sehen wir uns, aber wir sehen uns auf jeden Fall ab in der Wula, sagst du Bescheid. Ey, aber absolut nicht. Und dann kommst du nachher. Ich freu mich schon so, vielleicht. Oh Gott, sag das nicht, sag das nicht. Ich gucke aus. Ich gucke aus. Ja, vielleicht können, kann ich oder wir dann eher auch mal zu einem Konzert von dir oder so kommen, das wäre doch schön. Unbedingt, unbedingt. Oh wow. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Oh, ich nehm das nicht. So, jetzt. Halt, stopp, Halt, stopp. Ich wette auch. Ich wette auch.